So, im dritten Match, da wir ja dieses Best of Three gewonnen haben, machen wir jetzt mal ein bisschen Experimente. Wir haben uns überlegt, Experimente! Versteckter Spire, ich schiebe wieder die Kohlen zu, Echsen, Roach Hider wie eben, und er wird dann bei Bedarf, falls das mit dem Mutters wieder nicht klappt, was er zu erwarten ist, weil die ja das beim letzten Mal sogar schon direkt gemerkt haben, geht's dann into Korrupta Broodlords, und ich werde persönlich versuchen, noch ein paar Infestoren hinzuzufügen und versäuchte Terraner auszuspucken. Mal gucken, ob's klappt. Mal gucken. Man muss auch Jönne können. Richtig, wenn wir verlieren, ist es nicht schlimm, denn es sind ja keine Mails, wir wollen sie ja nicht vorführen. Richtig. Alles für den Schwarm. Alles für den Schwarm, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Gib es nicht. Okay. Then start it up. Ist nicht böse gemeint, aber wenn das jetzt leckt und so, das wär blöd. Deswegen nur wie vier, ich lad das dann für alle hoch. So, ready? Okay, los geht's. All right, let's pop this fucker in and give it a go. All righty then. Also, so wie die Match davor? Sorry, Madeline. Ja, 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 ist ja gut. Ich wollte nur noch mal festhalten für den Anfang. Dü, 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 dü. Ich hätte auch nicht schlimm gewonnen, wenn wir alle verloren hätten. Ja, doch, ich schon. Jetzt hätte ich mir meine Ehre gekränkt. Aber sonst ist das okay. Also, für mich, wie du meinst, man muss auch jüngen können. Ja, ich. Ich gönne denen jetzt auch einen Sieg. Das heißt nicht, dass ich den schenken will, aber das heißt, dass ich ein bisschen experimentierfreudiger bin. Ja, natürlich. Wenn sie Mist bauen, verdienen sie trotzdem. Also, so ist das nicht. Wie ist das? Wir fangen wie immer pretty standard an. Ich mache dir gleich ein bisschen Creed, ne? Ja, das ist sehr schön. Für Plan B. Richtig. Ja, auch für Plan A schon. Das muss ja keiner wissen. Viel Ideen. Lalalalalalalala. So. Kannst du die angetäuschten Linge zwischen unsere Dings machen? Zwischen unsere Dings. Ja. Zwischen unser beider Ramps. I can try. Das ist ja so patrouillieren oder sowas. Ja, ich will damit angreifen. Das ist ja dann die Antäuschung. Ja. Kannst du trotzdem in zwei patrouillieren lassen? Ja. 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 Ich kann ja. vorher die augen habe ich so das paket linge ist auf dem weg jetzt keine exe sichtbar links zumindest zugebaut sieht nach vielen marines aus der einen seite so auf der anderen seite auch viele rex viele marines ich stelle die linge hier vorne hin dass wir sehen wenn sie rauskommen also ich vermute also auf jeden fall viele rex schick mal ein paar overlord so dass du sehen kannst falls sie droppen besser am rand kartenrand kann ich folgen meine instruktionen hast du Minz über? wenn du willst? ey super gerne ey super gierig ey so ich hab nämlich jetzt extrem gut viel ich werde gescannt gescannt ok ja sie wissen dass es auf roaches geht ok aber die sind ja noch nicht rausgekommen also entweder die droppen direkt oder die droppen auch hier ist eine exe ne quatsch fand ich ganz seelisch denn keine exe sorry 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 i'm sorry ich habe wieder flugabwehr gebaut ahja schützt dich vor drops sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut die späte da rum was ist denn hingebaut? ahja trippy droppies ich hab's ja gesagt ja hast du irgendwas? ja ich was in den Bau? pfff meine manis habe ich dir gerade geschickt naja das war zu erwarten warte ich guck mal ob ich dich noch irgendwie retten kann naja es sieht schlecht aus egal ich bau dich wieder auf hast du Zeug? ja ja gut ich lass dir die naja das ist auch nicht für so klug wenn ich alle meine units jetzt zu dir stelle hä? jetzt kommt der eventuell raus was? was kommt der raus? rot 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 warte chillax muss erst mal abchecken hier ich bin gerade ein wenig selber geflasht davon na oh komm ja ja hast du gern? naja sieht gar nicht so übel aus aber turrets ohne ende okay da kommt der blaue noch mal zu dir trippie troppies ja noch nicht ich bin doch da aber jetzt bin ich tot nein was für mich aber ich hätte einheiten sind tot mein ich ja aber guck doch ich muss warten bis meine bands da sind oh ist da alles gut sonst hätte ich die gewastet alles was denn nein sind ja haben sie auch geschafft das mitzunehmen ja gerade wo ich einen attack machen wollte naja so ist das nicht alter sind das viele marines fast nur marines möchte ich sagen da kann ich mit dem mutas nicht so viel reißen kommst du langsam wieder ins spiel langsam ja ich guck mal ob die geext haben okay der lupi kommt wohin angriff ne kommt zurück zum däffen weil ich gerade mit dem mutas dran bin nicht so okay das ist Okay, er droppt dich oder was? Ja, ja. Kommst du klar? Na ja, mach dir keine Sorgen. Das geht jetzt schon wieder dauernd in die Pisse. Aber was soll's. Blöd ist, dass er sich einlädt halt. Hm. Ich bin mit meinem Mutters etwas eingeschlossen. Ich bin mit meinem Muttersen. Ach, was denn jetzt schon wieder? Dass er es auch immer wieder schafft, ne? Wahnsinn. Die befinden sich im Kampf. Das geht jetzt. Vierker Bisschen Uh, dass... Was den wir sehen? Holst du dir die Gold, oder? Ne, ich hab ja gerade erst hier normal gehext. Tja, mit so einem Plant wird ja auch nichts gewonnen, ne? Da kommt was, viel. Geh mit meiner Echse los, ja, ich komm. Sobald ich kann, aber meine Bähnlinge morfen noch, warte, 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 okay, los. Das war ziemlich draw, wenn ich das so sagen kann. Ich meine, wir haben es aufgehalten, aber deine Echse ist da, und... Aber die haben den ganzen Abi auch, oder? Ja, aber die haben trotzdem eine Echse mehr als wir. Was geht denn ab hier? Seraienfeld erschöpft. Seraienfeld erschöpft. So, now we play. Seraienfeld erschöpft. Seraienfeld erschöpft. Oh, ich penne total hier, man wird von allen Seiten abgelenkt. So ist das, ne? Schlimm. Die bereiten wir in Angriff vor. Mhm, und zwar keinen kleinen. Ist das soweit? Hast du was? Ja. Weil ich schaff die auf keinen Fall alleine aufzuhalten. Die kommt von anderen Seiten. Mhm, von links. Hast du was? Ja, hier. Gut. Alter. Das war nicht so gut, ne? So ein Mist. Hilfe! Nein, nicht die Bails bevor sie schlüpfen. Komm, komm, komm. Oh Gott sei Dank, ey. Ja, unten ist auch noch was, ne? Boah. Ja. Das ist ja selten, dass ich genug Inka map, aber... Ist noch irgendwas? Alter. Dr. Moff ist ja gerade noch. Ja, aber... Ja, aber... ... ... Zusammen? Mhm. Der Drop ist gelutscht. Der Drop ist gelutscht. Ja. So... Ja. GG. Schön war es gewesen. Immerhin ein 2-1. Damit können wir uns zufrieden geben, oder? Ja, wir haben ja auch Experimente gemacht. Ja, war ein cooles Spiel. Trotz allem. Ja. Trotz allem. Super. Bis zum nächsten Mal. Fordert uns heraus. Nee. Ja. Wenn ihr wollt, fordert uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oh Mensch. Nicht weiter... right induction. Nach Messe? Whoever... drug purchasing ein, marca usted... ich höre... ja... irgendwie mit ETF. Und jetzt ist es da halt die Hoffnung, ob gras拓... ein blitz bedrieferlter wie Godzilla, von du Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020